Hier ist der Hausfussung. Das ist sehr schön geworden. Es hat viel Spaß gemacht. Vielleicht könnten wir hier noch eine Glasfront einbauen. Ja, das finde ich gut. Dann wird das Gebäude schön modern. Okay, dann schauen wir uns mal den dran an. Okay. Wir haben die Tür falsch eingebaut. Jetzt strengen Sie sich mal an, sonst arbeiten Sie echt nicht lange für mich. Ja, ich beeile mich. Guten Tag. Guten Tag. Wie ist es heute gelaufen? Ich bin fast fertig. Sehr gut. Bis morgen. Ja, tschüss. Ich bin fast fertig. Hallo, können Sie mir sagen, ob ich nicht vorhin bleibe? Ja, dann vereinen Sie sich mal. Wir waren schon zwei Stunden. Ja, tschüss. Tschüss. Dann haben wir schon wiederorter. Ja, ich bin fast fertig. Hinschuh wieder? Ja. Und was wird mit dem Hund passieren? Der ist jetzt mein bester Vorarbeiter. Ich glaube, der hat keine Handschuhe mehr. Nein.